Kennst du schon? So, mehr musst du nicht machen. Dann kommt noch eine Melodie dazu. Es geht dann so. Und dann geht es wieder so weiter. Dann kommt der Kehrfers. Und dann kannst du natürlich noch ein bisschen barrieren. Das hast du ja auch schon gelernt. Das war jetzt der Kehrfers. Die Harmonie kennst du schon.